Wie haben wir es denn jetzt geschafft, dass innerhalb von 14 Jahren jetzt der beste Januar ist? Was war jetzt anders als davor? Und habe zwei Praktikers gemacht bei Galileo ProSieben und beim DSF. Ich war vielleicht auch mal zwischendurch Statist oder war auch mal mit dem Daniel Aminati, dem Moderator da im Studio, dem Kellner oder so habe ich mal gespielt. Gibt es davor noch Aufnahmen online? Ich habe nie danach gesucht, ehrlich gesagt. Wie ist das für dich gewesen, deine eigene Arbeit im Fernsehen zu simbogen werden? Wenn du im Fernsehen bist, hast du es geschafft. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute nicht alleine, mein Kunde Christian Hepp ist da. Weiter einreise, ich freue mich sehr, dass du uns heute besucht im Studio. Und ja, mein lieber Christian, kurz zu dir, wer bist du, was machst du? Ja, hallo, lieber Edmund, freut mich, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich bin Filmemacher, hauptsächlich eben Warbefilmmacher und das bin ich schon seit knapp 14 Jahren, als auf selbstständiger Basis eben. Und ja, und bin eben Kunde bei dir und heute jetzt in Hallhofer aus dem Welten Allgäu angereist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass man sich auch mal persönlich sieht. Das ist ja meistens aber alles online. Man sieht sich zwar auch online und spricht auch online, aber sich einfach hier auch mal physisch zu sehen, ist auch mal was ganz Schönes und Schickes. Und du bist ja fast aus dem ganzen, also wirklich ja geht es ja kaum, also du bist ja aus Deutschland, ne? Du bist ja wirklich da fast in der Grenze da. Ja, genau. Also nach Österreich habe ich es, also nach Bregenz sind es 20 Minuten, 15 Minuten sowas. Und in die Schweiz vielleicht ja 30 Minuten maximal. Also ja, schon sehr, sehr südlich. Also fast am Bodensee, aber nicht ganz, ist doch Landkreis Lindau. Landkreis Lindau liegt ja auch am Bodensee, ist aber schon auf der bayerischen Seite, also nicht mehr Baden-Württemberg. Ja, geil. Bist du mit der Familie dann auch oft am Bodensee oder so? Es liegt ja irgendwie schon nah. Ja, also doch, mit den Kindern ist es immer recht schön, am Bodensee entlang zu laufen oder da spazieren zu laufen. Da gibt es so ein paar Ecken, die muss man kennen, wo nicht so viele Leute sind, wo nicht so viele Tourist da sind. Weil am Bodensee ist ja gerade auch im Sommer immer sehr viel los. Ja. Auch mit Tourist oder allgemein eben am See entlang sind natürlich auch viele Hotels, Ferienwohnungen etc. Hat man ja schon mit für mehr viele. Aber ich wollte nicht zu lange jetzt. Okay. Wollen wir vielleicht am Anfang da natürlich mal ein bisschen über dich sprechen. Wie bist du überhaupt Filmmacher geworden? Also bist du dann irgendwann aufgewacht? Hast du gesagt, jetzt eine Kamera wäre schön? Oder hast du dann eine Ausbildung gemacht? Oder hast du studiert? Oder wie kam das überhaupt, dieser Weg zum Filmen? Also der Weg zum Filmen war jetzt bei mir nicht so beeindeutig, dass ich nach der Schule sofort gesagt habe, hey, ich mache jetzt Filme. Es war bei mir so, dass ich nach meinem Schulabschluss und nach dem Zivillienst und so, was es damals noch alles gab, noch eine ganz andere Ausbildung gemacht habe. Im steuerlichen Bereich, um das mal so zu sagen, also total unkreativ, ja. Habe da auch die Ausbildung zu Ende gebracht, aber ich habe schon immer gespürt, ja, das ist vielleicht, das ist nicht meins, ja. Achso, warte, dann bist du ein gelernter Steuerfachangestellter wie hier. Ich bin ein gelernter Steuerfachangestellter, ja. Das ist ja mit Pferden ab, das ist ja eigentlich der Tod aller Filmemacher, das hassen wir doch alle wie die Pest oder was? Eigentlich schon, ja, doch. Ja, ich mag Buchhaltung bis heute nicht, aber der Vorteil ist einfach, jetzt bin ich selbstständig. Jetzt meinst du nicht. Und jetzt weiß ich einfach, wie das funktioniert, was ich machen muss, Steuer hier, Steuer da. Ja, und das ist auch vielleicht ein Problem von manchen Selbstständigen, gerade am Anfang, wenn man das Thema Steuern noch nicht so versteht oder die Einnahmen, wie das überhaupt alles berechnet wird. Deswegen bist du schon 14 Jahre am Start, ne? Deswegen bin ich schon 14 Jahre dabei, ja. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich brauche nur ein bisschen… Mehr Pepp im Leben. Mehr Pepp, ja. Ja, aber noch einmal ganz kurz zurückzukommen auf den Wartegang und zwar war es dann bei mir eben so, dass ich schon immer ein Faible hatte für Fotografie und für solche Sachen und auch schon ganz am Anfang in der Foto-Archiv war, also wo man noch Bilder in der Dunkelkammer entwickelt hat, ja, mit negativen. Das habe ich schon gemacht, wo man die Fotos oder die Bilder dann in die verschiedenen Bäder eingetaucht hat und dann sie nachher aufgetrocknet hat, aufgehangen hat zum Trocknen, so meine ich. Also solche Tendenzen waren schon immer da und ich hatte dann eben auch irgendwann eine Kamera und macht man Fotos und irgendwann konnte man auf der Kamera auch Videos machen. Ja, und dann stellte man halt zum ersten Mal und war auch teilt, ist eine schöne, feine Sache und so hat sich das dann eben entwickelt. Und eigentlich ganz am Anfang wollte ich dann nur Cutter worden. Ich war ein Jahr in München und habe da zwei Praktikers gemacht, bei Galileo Pro 7 und beim DSF mit richtigen Profi-Cuttern. Also die können schneiden, unglaublich schnell und gut, ja. Und danach habe ich ein Volontariat gemacht. Es geht eineinhalb Jahre, Volontariat zum Kameramann und Cutter. Auch in der Produktionsforma, aber dann in Schwaben wieder. Also ich bin weg dann von München, Richtung Oberschwaben wieder in die Heimat. Und danach habe ich mich dann praktisch direkt selbstständig gemacht. Also nochmal dieser Bruch, also du hast deine Ausbildung zum Steuerfachangestellten komplett fertig gemacht. Ja. Und dann hast du dir das Praktikum angefangen gleich im Anschluss oder was war dazwischen? Ja, da hatte ich noch so eine kleine Phase, wo ich jetzt noch nicht ganz genau wusste, wo es hingeht. Aber es war so zu sagen, ja, die gab es mal. Ich meine, die Berufswahl ist auch nicht einfach, also ich, wenn man da die Schule macht, also ich war, halt, ich habe dann noch im Bau gejobbt. Ich hatte schon was zu tun, ich hatte ja auch Arbeit, aber, wie sollte ich sagen, manche nehmen sich ein Jahr aus und gehen nach Neuseeland, um sich da klar zu werden, was sie wollen. Und bei mir war es halt da eben diese Zeit. Ja, okay, cool. Und dann nach München, hast du dich da aktiv drauf gesucht und beworben oder war das irgendwie, dass du es irgendwo dann gesehen hast zufällig oder jemand hat gesagt, hey, geh doch mal dahin oder deine Eltern haben gesagt, geh doch mal dahin. Wie kam denn dieses Praktikum zu diesen Cuttingen? Also, ich habe mich aktiv da beworben, also ich habe aktiv im Internet geschaut auf crewunited.com, wenn, das sagt bestimmt auch. Ja, das ist relativ groß und bekannt. Groß und bekannt und auf crewunited habe ich dann eben Stellenausschreibungen, gibt es eben Praktikantenjobs, wurden da einige angeboten und da habe ich mich von praktisch drauf beworben. Waren die unbezahlt oder waren die bezahlt? Die waren etwas bezahlt, sagen wir mal so. Also es gab ein bisschen Cash, um die Miete zu zahlen in München. Ja, ist auch nicht günstig. Also genau, Miete, das war damals schon für sehr viel Geld. Aber prinzipiell habe ich da dann schon von der Substanz eigentlich auch zählig gelebt, muss ich echt sagen. Ja, schon gut, wenn man da als Praktikum schon von quasi Fixkosten tragen kann. Und was hast du dann, also das hört sich natürlich jetzt erstmal groß an, so bei Galileo und DSF und Cutting gelernt und so. Was genau, also wie lange geht so ein Praktikum und was macht man da, was lernt man da wirklich? Ja, also man lernt, du bekommst einfach mal einen Einblick, wie läuft die Sache ab. Ich wollte mir auch ein bisschen darüber im Klaren werden, ist das wirklich das, was ich will? Also ich wollte einfach nicht jetzt sofort eine Ausbildung machen zum Mediengestalter in Bild und Ton oder sagen, hey, ich studiere jetzt irgendwie Medientechnik oder Mediendesign oder irgendwie sowas in die Richtung. Sondern ich wollte mir auch wirklich ganz sicher sein, wie läuft es ab? Gefällt mir das? Und ja, das hat mir dann zu gesagt, also wie läuft das ab? Das sind einfach große Produktionsformen, die fürs Fernsehen produzieren. Und da erfasst man zum ersten Mal, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einer, ja auch hinter so einer kleinen TV-Produktion stecken kann. Oder steckt, gerade so Galileo-Beiträge, die ja täglich laufen, ja wirklich, wie viel Arbeit da drin steckt in so einem 5- oder 10-Minuten-Beitrag. Und vor allem, wie die Cutter da auch arbeiten mit dem Rohmaterial, das war schon beeindruckend. Das hat mich schon geprägt, ja. Musst du dann immer zu dem Studio fahren und hast dann so einen gesonderten Cuttingraum, wo du mit anderen saßt und habt ihr das Material geschnitten? Oder wie kann man sich das vorstellen als Ausstehender, der gar keine Ahnung hat davon? Wie kann man sich das vorstellen? Also du meinst jetzt eben den ganzen Ablauf von so einer Produktion oder Postproduktion? Dein Teil, deine Postproduktion. Das wird ja auch nicht immer live, also du wirst wahrscheinlich auch nicht immer da gewesen sein, wo jetzt gedreht wurde oder so, oder? Nee, also beim Dreh war ich eher selten, schon auch ab und zu mal. Ich war vielleicht auch mal zwischendurch Statist oder war auch mal mit dem Daniel Aminati, dem Moderator da im Studio. Und hab da irgendwie was imitiert. Den Kellner oder so hab ich mal gespielt. Gibt's aber doch Aufnahmen online. Ich hab nie danach gesucht, ehrlich gesagt. Ich suche nie danach. Oder war ich mal irgendwie so eine Diskotheke oder alles nur so im Protagonisten, im Hintergrund so. Ja, guck mal, da werden die Präfikanten wieder ausgenutzt, ne? Ja, wir brauchen dann einen Kellner. Ja, genau. Oh, da ist doch noch einer. Komm, komm. Ja, so war das. Ja, ausgenutzt wird es übertrieben gesagt. Das war schon freiwillig, aber hat ja auch Spaß gemacht, ja. Ja, cool. Und da hab ich gemerkt, okay, ich bin lieber hinter der Kamera wie vor der Kamera. Heute bin ich vor der Kamera, aber mit dir zusammen. Sehr gut. Und dann musstest du dort, also das Cutting, gab's dann direkte Vorgaben, wo du gesagt hast, bist da und da? Oder gab's da jemanden dahinter, der saßt und das überwacht hat? Oder konntest du komplett frei das Material schneiden und dann das präsentieren? Wie lief das? Also am Anfang, wenn du da noch rein hinkommst, wirst du noch nicht cutten. Also die schnellten da mit Avid Media Composer, zumindest zu dieser Zeit gab's da Avid, ich weiß nicht, ob was wir heute schneiden. Da Vinci. Glaubst du nicht? Ist das jetzt eine Provokation? Ich weiß nicht. Ich hab mit Da Vinci nichts am... Ah ja, du warst da Primäre, stimmt. Ich bin Primäre, ja. Das ist ungewohnt, weil normalerweise, wenn ich mit Filmmachern spreche, sind das immer diese, hatten wir ja im Live-Talk-Show, die da Vinci-Verschwörer sind und du da eigentlich der einzige Filmmacher bist, mit dem ich gesprochen hab, der Premiere macht. Tatsächlich. Ja. Echt? Don't believe the hype. Ja. Deswegen bleib ich auf Premiere. Ich bin da einfach so schnell drin in manchen Sachen, hab so viele Workflows raus. Und wenn ich jetzt in Da Vinci reingehe, dann, ja, dann, da muss ich erstmal ein Tutorial angucken und so. Was soll ich jetzt? Die Zeit hab ich gar nicht. Ja. Und, äh, beziehungsweise ich muss ja meine Arbeit auch abliefern. Ja, also, ich hab schon mal versucht, mich in Da Vinci einzuarbeiten, aber ich bin noch nicht ganz glücklich geworden. Deine Arbeit ist ja auch sehr, sehr gut und das, äh, klar, vielleicht, also ich höre immer von vielen hier mit Colorgrading, ist da besser, dies, als jenes, aber diese fünf Prozent oder zehn Prozent. Haben die wirklich den Vergleich? Ja. Haben die vorher wirklich auf Premiere alles rausgerollt, was man rausholen kann? Da hab ich noch so meine Zweifel. Also, viele, wo auf Da Vinci so schwören, ich will jetzt niemandem zuneitreten, konnten die auch richtig gut in Premiere arbeiten, vorher? Ich weiß es nicht, äh, das hätte er hingestellt. Können ja mal Leute kommentieren, die... Ich möchte jetzt auch nicht mehr... Ja. Jeder soll auf dem stehen, was ihm gefällt, was ihm Spaß macht, entweder Final Cut Pro X oder... CapCut von mir aus, Windows Movie Maker. Jeder soll auf seinem Tun glücklich werden. Äh, genau, jetzt nochmal zurückzukommen zu der Postproduktion und zwar am Anfang damals, als ich bei Galileo war, da hat man nur nicht digital gedreht. Das war alles nur auf Tape. Und, äh, da gab's dann so Matschstraßen und dann musste man den ganzen Tape erst mal einigitalisieren. Also, das hat man erst mal so als Anfang gemacht. Äh, also praktisch wenn ein Dreh war, wurde das Material digitalisiert und dann war es eben im Schnittraum, wurde eingespeiert und dann konnte der Cutter mit dem Material erst schneiden. Und dann fängt man halt so an, dass man mal einen Trailer schneiden darf. Oder auch eine Konfektionierung. Ja, und dann so peu à peu kommt man dann halt da rein. Ja, cool. Und, ähm, was war so das Größte, was du bei Galileo oder DSF mal so Cut & Dust ist damals? Das Größte, ja, das waren schon so Sachen wie, wie so Konfektionierung oder, oder Trailer und Teaser und solche Sachen. Also, ganze Sendungen als kleiner Praktikant am Anfang zu schneiden für TV ist einfach noch zu, zu big, ja. Das ist noch zu groß. Und was kam, wie ging es dann nach dem Praktikum weiter? Wolltest du dann da nicht weitermachen, wolltest du dann nicht anfangen, oder? Ähm, ich habe mir halt überlegt, ja, wie mache ich weiter? Äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich gehabt hätte. Medientechnik studieren oder sowas in diese Richtung studieren. Oder Mediengestalter in Bild und Ton eine Ausbildung zu machen. Oder die dritte Variante, die eben in der Medienbranche auch möglich ist, ist ein Volontariat zu machen. Also Volontariat ist eine Betrieb, eine innerbetriebliche Ausbildung, würde ich mal sagen, die in der Medienbranche erkannt ist. Und da habe ich eben Volontariat gemacht, 18 Monate, genau, in meinem Fach eben, Kamera und Schnitt. Und da habe ich natürlich auch aktiv gesucht, habe mich auch auf mehrere Sachen beworben, habe mich auch als Junior Cutter beworben, das gibt es auch. Aber, äh, es hat mich dann da einen verschlagen, was auch ganz gut war. Okay, sehr gut. Ja, ich denke mal, weil du auch beim Fernsehen und so das Cutten und das, äh, Film und sowas so hinter den Kulissen auch sehen konntest, man merkt das auch an deinem, äh, Stil und deinem Imagefilm, das ist halt schon so sehr ein, ja, wie soll ich nennen, hochprofessionellen Werbespot, äh, Feeling. Da muss man sich einfach mal die Zuschauer später mal auf deinen Seiten mal anschauen, ähm, weil jeder ist ja, sag ich mal, heutzutage so Autodidakten und viele lernen das eigentlich über YouTube und bringen sich das selber bei. Gibt wenige, die da überhaupt noch eine Ausbildung für starten oder sowas. Und da merkt man schon, also dass teilweise so Spots von dir eins zu eins auch so im Fernsehen laufen würde und man würde das gar nicht merken, dass das quasi jetzt so, sag ich mal, als selbstständiger Basis durchgeführt wurde und nicht so eine Produktionsfirma hinterher steckt. Ähm, alleine so von, von dem Bildaufbau, Bildschnitt und so weiter und so fort, wahrscheinlich, weil du das ja dort gelernt hast und gesehen hast, wie das so, also das liegt dir, glaube ich, dadurch dann so im Blut, weil du es quasi mitbekommen hast, ne? Fällt dir wahrscheinlich gar nicht auf. Du würdest jetzt, du sagst wahrscheinlich jetzt gar nicht, ja, sehe ich gar nicht, aber ich halt... Ich weiß, was du meinst, ja, und das stimmt auch tatsächlich, weil man hat auch teilweise eben da mit Redakteuren gearbeitet oder ich bin ja auch viel am Schnittplatz gerockt mit richtigen Profikartern und Redakteuren und habe dann eben gesehen, wie die das machen, wie der Bildaufbau ist und was die Wert legen. Der rote Faden, wie soll er durchgehen? Ja, genau, genau, genau. Damit beschäftigen sich ja die meisten gar nicht, weil wenn sie Autodidakten sind, dann gucken sie immer, was sieht geil aus, was möchte ich präsentieren, aber wie die Geschichte quasi aufgebaut wird und so, damit beschäftigen sich ja die, sag ich mal, Neulinge im ersten Schritt nicht, ne? Ja, das ist richtig, ja. Ja, natürlich habe ich ja auch sehr viel in meinem Volontariat gelernt und da habe ich dann schon die ersten Ace-Hockey-Beiträge geschnitten, tatsächlich, also abends wurden die gefilmt, die Ace-Hockey-Spiele, das war damals die zweite Liga, die Tower Stars in Ravensburg und nachts wurde das, oder haben wir das dann geschnitten, alles noch auf Tape eingetalisiert zuerst und vorher immer noch Timecode aufgeschrieben, bei wem Timecode die Torei gefallen sind oder wo eine Faul war oder Timeout oder was und dann hat man das Material eingetalisiert und dann der Redakteur hat seinen Text geschrieben und ich habe schon mal den Vorschnitt, Hoheschnitt gemacht und dann kamen wir Redakteur dazu und dann hat man es fein geschnitten, ja und der Schritt ging dann bis nachts um, weiß nicht mehr, drei Uhr, vier Uhr, weil das Spiel war ja erst abends und dann geht man irgendwann nachts heim ins Bett, wacht morgens auf, stellt seinen Weg auf acht, macht den Fernseher an und dann läuft das Spiel, das du abends geschnitten oder nachts geschnitten hast, stehst live auf DSF oder Sport 1, das war immer, das waren so die ersten Erfahrungen im Fernsehen, wo ich direkt schiebe und geschnitten habe. Ich komme mir gerade so in Gedanken so rein, wie ist das, also was ist das für ein Gefühl, weil wenn ich jetzt was mache, poste auf YouTube oder sowas, klar, also ich kann das selber aufrufen, das ist halt online, aber etwas zu cutten und dann später das im Fernsehen zu sehen, ist nochmal, glaube ich, ein anderes Gefühl, also wie ist das für dich gewesen, deine eigene Arbeit im Fernsehen zu sehen, wo man ja immer sagt, wenn du im Fernsehen bist, hast du es geschafft, jetzt machst du quasi Arbeit, die später im Fernsehen drin ist, also wie war das so für dich? Ja, damals war das auf jeden Fall, auch heute noch ein schönes Gefühl, ja, also darum habe ich ja auch meinen Wecker gestellt auf acht Uhr, weil ich es eben sehen wollte, dann wie es tatsächlich dann noch im Fernsehen kommt, ja, wie es ausschaut. Und dann stand es ja, yes, das ist mein Cutting, das ist mein Schnitt. Ja, genau, so ungefähr. Hast deine Eltern angerufen, guck jetzt, das ist mein Filmschnitt, hast du den Schritt gesehen? Die Eltern verstehen das nicht so, aber ich weiß, ja, genau so ist es. Später dann, bei anderen Sachen, bei den Eltern war es so, wenn man denen dann Sachen gezeigt haben, für die sie sich auch interessieren, ist okay, war jetzt damals nicht so das Interesse von denen, dann finden sie es schon auch cool, dass was vom Sohn im Fernsehen läuft jetzt irgendwie. Ja, ist schon cool, also stellen wir ja schon cool vor. Und dann nach dem Volontariat, hast du dich dann selbstständig gemacht? Ja, direkt. Direkt kompletto? Direkt kompletto. Da hast du keinen Bock nochmal irgendwo? Ja, tatsächlich, ja. Was war so denn? Also ich habe einfach gespürt, dass es gehen kann und dass ich, also man braucht natürlich ganz viel Engagement und autodidaktisches Lernen logischerweise. Also können, klar, konntest du alles, hast du schon alles gelernt? Ja, nur nicht alles, aber auch vieles. Vieles, ne, also beim Plattikum und Volontariat und wie man das dreht, cuttet und so, also abliefern konntest du da auf jeden Fall schon. Wie war es aber dann, also um eine Selbstständigkeit zu machen, braucht man ja Kunden. Wo hast du dir dann gleich zu Anfang dann deine Kunden hergeholt? Man hatte tatsächlich am Anfang auch im Volontariat dann andere Leute kennengelernt, Kameramänner und sich so ein Netzwerk aufgebaut, dass man eben zum Beispiel, ganz am Anfang habe ich eben auch noch Kameraassistenzjobs gemacht oder Setassistenz bei größeren Produktionen oder wo dann 20 Leute am Start waren am Set. Da war ich eben dann in der untersten Riege als Setassi oder als Kameraassi oder als Tonassi. Eben die Angel halten auf Produktion für Dokus oder sowas. Das habe praktisch dann mit so kleinen Jobs angefangen. Ja, und so peu a peu, du hast mich letztens auch gefragt im Live-Interview auf Instagram, was denn meine erste eigene Produktion wäre, ob ich das doch wüsste. Und damals habe ich das nicht gewusst, aber mir ist das wieder eingefallen. Man knüpft natürlich auch Kontakte oder man kennt Leute, die selbstständig sind oder eine Firma haben. Und da habe ich damals auch von der Familie jemanden, der arbeitet bei der Firma, die machen für die Farberindustrie so Zubehörteile, so Ultraschallbäder, Schallabsorptionen. Und das war dann mein erster Produktfilm, den ich gemacht habe für britischen Unternehmen als Vorbefilm. Ah, cool. Was mir aber auch, was du davor auch gesagt hast mit den verschiedenen Sets und Kameraassi und Tonassi und etc., finde ich eigentlich ganz cool auch, dass du dann auch ganz viele verschiedene Einblicke hattest, also verschiedene Arbeitsweisen. Weil ich sage mal, das ist ja was anderes wie dann im Film, dann also in einer großen Position, dann auch kleinere Sets hast du gesehen, dann, keine Ahnung, der eine nutzt eine ARRI, der andere nutzt eine Red oder keine Ahnung, wie viele Lichter und so. Du hattest ja relativ viel verschiedene Einblicke in verschiedene Workflows dann über die Zeit, ne? Ja, also a das und b auch, man hat da auch immer was dazugelernt, die Arbeitsweisen und so. Man hat man sich ja immer das rausgepickt, was bei dem einen jetzt, da hast du ja gesehen, keine Ahnung, der angelt das jetzt, der Ton ist dann anschließend dort besser oder der hat das so hier gelegt oder der hat das so gelegt, da hast du ja für deine Selbstständigkeit immer dir das Beste rausgezogen. Ja, und auch wie der Regisseur mit den Protagonisten umgeht oder wie der D.O.P. oder Kamera, der erste Kameramann mit den Protagonisten umgeht, wie die Szene inszeniert wird oder wenn es mal irgendwelche Sachen gibt, die mal zu lösen hat, wie man dann agiert, oder was man dann alternativ machen könnte, sowas. Mit Leuten auch einfach rumzugehen, die vor der Kamera stehen, die das halt sonst nicht machen. Ja, das finde ich schon cool, weil wie gesagt, das ist ja alles auch auf einer sehr professionellen und Fernsehbasis und wie heutzutage viele Filmmacher halt werden, wirklich autodidaktisch, viele das per YouTube, da bringen das auch nichts gegen die, aber die lernen sich das natürlich alle, bringen die das selber bei, ne? Und machen das halt... Ist ja auch okay. Ja, das ist auch okay, aber ich meine, bei dir ist es deswegen auch eine etwas andere Geschichte, das finde ich halt ganz spannend zu beleuchten, wie man quasi so aus Fernsehproduktionsebene, Regieebene quasi dann dort reinkommt, ne? Weil da können die einen, der eine oder andere natürlich fleißig noch was lernen dabei. Dann gehen wir jetzt hierauf, Filmemacher des Monats, der Gute. Jawohl. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, das war ja, leider können die Leute jetzt nur dieses Bild sehen, weil das ja nur als Bild aus dem Druck wird. Imagefilm für ein Restaurant. Vielleicht kannst du ein bisschen was über den Kunden erzählen und vielleicht auch, wie du das dann gedreht hast. Ja, gedreht habe ich mit meiner Sony FX3, um mal zum Fachlichen zu kommen. Es ist ein Restaurant in der Schweiz, in Wien, ich glaube St. Kanton St. Gallen, wenn ich mich nicht täusche. Und die drei sind auch die Geschäftsinhaber dieses Restaurants. Zwei davon, die zwei Linken, sind die Küche. Und da rechts, der macht praktisch die Verwaltung und Bedienung und alles andere, was so anfällt. Und die haben sich spezialisiert auf spanische Küche, eben so Reisgerichte und, wie sag ich mir, die Reispfanne. Paella, ja genau, solche Sachen, so mediterranes Essen aus Spanien und da sind die recht erfolgreich. Und für die habe ich gefilmt eben, wir haben das dann so gemacht, dass ich war bei denen und die haben, das Restaurant, das war eigentlich eine Bruchbude bei denen damals und die haben das dann selber umgebaut. Ein wirklich total schönes Restaurant mit Flair, auch nur so alte Sachen und neue und haben moderne und Traditionssachen so gemischt. Sei es jetzt im Essen machen sie das so, als auch im Ambiente. Also die haben ein klares Motto und das finde ich ziemlich cool. Und die haben da praktisch extra für mich gekocht und ich durfte dann in der Küche sein und habe da gefilmt, wie die praktisch das tolle Steak da rausholen und in die Pfanne hauen. Sieht man ja auch im Film. Oder den Nachtisch, das Dessert zubereiten. Und danach war eben das Essen fertig, habe ich die Küche eben begleitet und dann wurde praktisch für den Film das Essen dann serviert. Ja, und das beklare ich einfach filmisch, ja. Wie läuft das an Tim Stilber ab? Der sagt, hey, ich möchte gerne einen Imagefilm haben für mein Restaurant. Sagst du dann, yo, Uhrzeit, ich komme dann, wir gucken schon, was wir machen? Oder planst du dann schon vorab so, wo du hingehst, was du drehst, wie du den roten Faden vielleicht machen willst, wer vielleicht vor der Kamera spricht oder dies, das, jenes. Wie läuft das? Ja, natürlich telefoniert man vorher oder macht einen Videocall, um dann auch zu sehen, eventuell, wie sieht das Röchterohr aus oder wie ist die Location, egal was jetzt gedreht wird. Wie stelle ich die Location, auf was muss ich mich gefasst machen? Oder bekomme ich da irgendeine böse Überraschung? Und das ist gar nicht so toll, wie ich mir das erwartet habe. Also das ist einfach sehr wichtig, dass man vorher schon ein Bild hat, dass man sich ein Bild machen konnte, wie sieht es da aus, wo komme ich hin? Das ist sehr gut, das ist schon mal der erste Schritt. Und dann eignet man sich eben, ja okay, alles klar, man soll das Ambiente sehen, man soll auch sehen, was wir noch, beispielsweise für schöne, tolle Drinks machen, so auch das Aperitif oder eben das Dessert. Also natürlich muss jetzt hier sich das Restaurant schon selber festlegen, was ich zeigen möchte. Und dann tut man sich da einfach absprechen, vereinbaren, dass man eben noch Protagonisten braucht, die praktisch die Gäste spielen, die das Essen serviert bekommen. Genau, das war ja im Film so, dass da ja Protagonisten auch dabei waren. Ja, genau. War das so, dass die, also wurden die extra an diesem Tag dann? Ja. Achso, okay, das waren wirklich dann? Ja, das war jetzt hier oft die Freundinnen oder Verwandte aus der Familie oder Bekannte. Die sind dann alle extra gekommen, ja, ja. Achso, weil teilweise dachte ich so, okay, das war laufender Betrieb oder sowas. Nein, nein, also im Restaurant ist das immer ein bisschen schwierig, bei laufendem Betrieb, weil da sind dann andere Gäste, die möchten ja in Ruhe essen. Und außerdem wusel ich da auch so ein bisschen rum und brauche da meinen Platz und auch mein Licht aufbauen. Das kann man schwer bei laufendem Betrieb machen. Da haben die wahrscheinlich an einem Tag gemacht, wo da vielleicht nicht, wo da haben wir extra zugemacht oder sowas. Das war an dem, an ihrem freien Tag, haben die für mich sozusagen aufgemacht, gekocht. Sehr gut. Ja, meistens haben die ja montags, also generell. Das war an einem Montag. Viele Restaurants arbeiten ja Samstag, Sonntag durch und dann machen die meistens ja montags irgendwie zu, ne? So, dementsprechend. So, mein lieber Christian, dann hier, Firmwacher des Moders, herzlichen Glückwunnen. Ja, herzlichen Dank, Edmund, freut mich sehr. Sehr gerne. Kannst du einmal auspacken? Mach ich gerne. Sehr schön. Auch alles richtig geschrieben, ne, Christian? Ja, ja, ja. Cool, vielen Dank. Sehr gerne. Sprechen wir natürlich jetzt über das Geschäftliche. Wir haben es geschafft, im besten Januar, seit der Betriebsgründung, also seit knapp 14 Jahren. 2010, Marie, ja. Wie, also, wie haben wir es denn jetzt geschafft, dass innerhalb von 14 Jahren jetzt der beste Januar ist? Was war jetzt anders als davor? Ja, ähm. Weiß ich selber nicht. Ja, ich muss jetzt genau überlegen, was ich sage. Wenn man es ja auch, wenn ich es gerade selber nochmal Revue passieren lassen muss. Ja, weil ich einfach in Gespräche mit den Kunden anders reingegangen bin. Ich bin die Gespräche mit den Kunden anders angegangen. Früher war es immer ein bisschen so, ja, was brauchen wir denn für den Film, was wollen wir machen? Aha, so. Und ich habe da bei dir eben gelernt, dass ich eine Struktur reinbringe in die Gespräche und in den ganzen Prozessen, in den Ablauf. Ja, und natürlich braucht man auch ein paar Anfragen, logischerweise. Aber durch das, dass ich das Wissen hatte, konnte ich die Sachen eben abschließen, die Aufträge, die Projekte. Und das war da sehr hilfreich für mich, dass ich das dann so klar machen konnte eben, ja. Sehr gut. Eigentlich relativ merkwürdig, weil du bist ja gelernter Steuerfachangestellter. Da macht man aber keine Vertragsabschlüsse in dem Sinne. Aber die sind strukturiert. Ja, das schon. Aber die machen ja, ja, die sind schon strukturiert. Die brauchen ja Struktur. Von Anfang bis Ende muss ja alles klar gegliedert. Was kommt jetzt? Was muss dann passieren? Also es ist ja alles klar. Und dann auch beim Filmset ist ja auch alles, da hat jeder seinen Job, da muss alles gemacht werden, um am Ende das fertige Film zu haben. Und dann, jetzt in der Selbstständigkeit, du hast ja noch nicht mal feste Verträge gemacht. Das war ja so mehr so, wollen wir es machen? Ja, machen wir. Also Anschlagsprinzip. Ja, genau. Also das war eben auch eine Sache, wie das ging auf Vertrauensbasis, auf Anschlag, auf Absprache. Und jetzt ist es eben so, dass alles schwarz auf weiß ist, dass eben alles schön geregelt ist und eben seine Konformität hat, dass es passt, ja. Wie, also warum hast du dir damals quasi nicht diese Struktur mit, also hast du das nicht gebraucht? Hast du nicht gedacht, dass du sowas benötigst oder hast du es mal angefangen? Hast du dann am Anfang mit schlechten Erfahrungen, dass du Verträge gemacht hast? Wie kam das, dass es quasi so alles auf Zuruf und ja einfach so Mund per Mund sozusagen alles durchgeführt wurde? Also wie gesagt, wie ich dir schon vorhin auch erzählt hatte, mal, das war am Anfang alles so kleine Jobs, wo man das halt so ausgemacht hat, mit dem, mit seinem Netzwerk, mit den Bekannten und Kollegen, die man so hatte. Und hat ja immer funktioniert, also fast immer. Und von dem her habe ich dann mit diesem Prinzip sozusagen immer weitergearbeitet. Habe mich schon eigentlich überlegt, wie soll ich es anders machen? Aber wie? Ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, wie soll ich es denn wirklich anders machen? Weil, das ist was anderes, wie wenn ich jetzt ein Produkt habe, ich sage jetzt einfach mal einen Schreiner, der in seinem Katalog einen Tisch hat. Oder angenommen, der Schreiner ist ein großer Schreiner und macht halt mehrere Tische in Serie. Und jeder Tisch kostet irgendwie 500 Euro. Alles klar, kann man sagen, hier ist der Tisch. Kauf schon, Geld, Übergabe, passt. Bei dem Film ist das so ein längerer Prozess. Also ein Film entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern du steckst ja vorher schon viel Arbeit rein, Drehbuch schreiben, die Gedanken machen, mit dem Kunden absprechen. So, da arbeitest du ja eigentlich schon für das Projekt. Und da dem Kunden, und bei manchen Kunden war es einfach so, ja, viele Leute sehen das irgendwie so als selbstverständlich an, dass du jetzt erst mal. Kurzarbeitest. Ja, sozusagen, ja, ein bisschen schon, ja. Oder erst mal, äh, und dann können wir ja immer noch entscheiden, ob wir es machen oder nicht. Und so habe ich, und dieses Prinzip, das hat, das hat mich so viel gekostet. Energie auch, oder auch Frustration. Und deshalb habe ich da wieder gelernt, dass ich das umgehen kann und dass man eben klare Absprachen trifft, wie auch die Zahlungswege sind. Es ist aber wichtig, dass einfach... Und die Steps eben, ja, dass die Steps, die Schritte wirklich bis zum vorderen Film klar geregelt sind. Und das war halt vorher alles mündlich und das wurde jetzt eben klar definiert und mit dieser Struktur kann ich eben gescheit arbeiten. Genau. Und natürlich auch Thema Preise bei dir, da habe ich ja schon immer, also, dass du einfach immer schon immer zu günstig warst mittlerweile. Natürlich ist, wenn man so Bestandskunden hat und man hat immer schon am Anfang ihm vielleicht so ein bisschen betütelt, um unbedingt den Auftrag zu haben, vielleicht hat man es ein bisschen günstiger gemacht. Und dann kam ja immer wieder dasselbe Kunde und dann konnte man nicht auf einmal jetzt 1.000 Euro teurer werden oder hat das Gefühl, man kann jetzt eigentlich einfach teurer werden. Dann hat man das immer so weiter schleifen lassen und immer so Kunden viel sehr günstig halt angenommen, Bestandskunden. Und ja, dann ist man da so in so einem Alltagshock quasi dann gefangen. Man macht eigentlich zu viel für den Auftrag, kriegt eigentlich zu wenig und dann, das war eigentlich so der größte Hebel bei dir tatsächlich zu sagen, okay, A, erstmal natürlich die richtigen Preise jetzt festmachen, was ist überhaupt meine Arbeit wert, was sollte ich nehmen? Und dann natürlich dann auch das richtig festzuhalten per Vertrag und dann auch natürlich auch den Prozess richtig durchzuführen. Ja, der Prozess eben, ja. Mal gucken, was so passiert, per WhatsApp oder so oder auch einfache Dinge, wie soll ich das jetzt Handhaben, wie einfach mal anrufen, mit ihm am Telefon klären. Das könnte manchmal so wirklich, wo man eigentlich denkt, ja, da kommt eigentlich jeder drauf, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht, weil man da so schon im Alltagsgeschäft so drin ist. Also jetzt habe ich praktisch auch eine Anleitung für mich und eben auch für den Kunden, wie ich die eben weitergebe und das hatte ich vielleicht in der Art eben auch vorher nicht, dass ich zu einem Kunden schon von Anfang an sage, wie läuft's. Also wie läuft's in dem Sinne, was ist die Reihenfolge, was ist der nächste Schritt, auf was muss er sich gefasst machen, das ist unser Rahmen. Also da sieht man ja auch dementsprechend, dass es auch richtig furchtet, jetzt Januar, der Beste seit 14 Jahren, also knapp 14 Jahre besteht ja dein Unternehmen schon. Der Februar wird vielleicht sogar jetzt sogar noch besser, der ist ja noch nicht vorbei, der Februar, der wird wahrscheinlich noch besser werden als der Januar. Und ja, dafür hast du natürlich dann auch fleißig was verdient. Hier einmal dann dementsprechend die goldene Kamera für dich. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Packe ich aus, oder? Ja, aber selbstverständlich. Mal zwei. Oh, schön. 2024. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Auch alles richtig geschrieben, oder? Christian Hepp. Alles bestens. Christian Hepp, ja. Hatte Sorge, oder wie, dass du mich falsch schreiben könntest? Quatsch. So schwierig ist mein Name doch gar nicht. Dann, wie kann man sich so einen Arbeitstag bei dir vorstellen? Du hast ja sozusagen den Arbeitsplatz zu Hause. Wie läuft das genau ab? Also du hast Frau, du hast Kinder. Wie kannst dich so ein bisschen abschotten quasi auch, um die Arbeit zu erledigen? Und nicht, dass du quasi jetzt von A nach B springst und nicht so die Arbeit darunter leidet? Im Prinzip ist schon, gibt es bei mir zwei Arten von Arbeitstage. Also es gibt die Drehtage und es gibt die Büro- und Schnitttage. Ja, und bei den Drehtagen ist es automatisch so, dass ich früher aus dem Haus gehe und mich bei der Familie verabschiede. Oder die sind alle noch sogar im Bett, wenn ich gehe. Und da ist es dann eben wichtig, dass man schon im Vorfeld natürlich sein Equipment schon gut sortiert hat und alles parat hat. Dass man das immer am Morgen nur noch ins Auto werfen kann und losgeht die Fahrt zum Kunden. Da muss man natürlich am Abend davor, bin ich dann meistens noch dran und um alle Akkus zu laden, SD-Karten, SD-XC-Karten und so zu formatieren und das eben alles parat ist. Das mache ich dann meistens abends, wenn alle im Bett sind schon oder zu dieser Zeit eben. Und da bin ich dann ja außer Haus, dann bin ich auf dem Dreh und komme erst abends spät wieder heim. So und wenn dann gedreht ist, dann kommt der Bürotag oder der Schnitttag. Ja gut und da sitze ich dann eben den ganzen Tag im Büro am Schnittplatz und habe da eben mein kleines Studio bei uns im Haus. Ja, das ist auch ganz schön, nur von zu Hause arbeiten, hat alles so seinen Vor- und Nachteil natürlich. Dann machen wir vielleicht mal schnell was Privats oder sowas, aber kann man sich ja auch frei einteilen dann. Dass wenn die Kinder dann in der Kita oder der Schule sind, dass man sich dann dran sitzt und wenn die später kommen, dass man dann Familienzeit macht oder Abend. Genau, ja. Da kann man sich ja dann frei einteilen, weil man das ja im Alter nicht so... Und interessanterweise, die Kinder, die verstehen das ja auch immer mehr. Die vor nicht. Die hast den Kindern beigebracht. Die Kinder verstehen das auch, wenn ich eben im Büro bin, ist eigentlich jetzt nicht... Mach so ein Schild. Nicht zum Papa gehen. Nicht betreten. Machen sie zwar trotzdem ab und zu, aber ja, es sind ja die eigenen Kinder und man freut sich natürlich auch, wenn die Kinder ab und zu mal Hallo sagen. Aber ich habe dann keine Zeit zum Spielen und das wissen sie, das haben sie verstanden. Das ist schon ganz gut. Und klar, es ist natürlich Fluch und Segen in einem. Es bietet trotzdem für mich gerade mal mit ein paar mehr Vorteile, Nachteile. Ja, ist auch ganz schön, auch wenn, sag ich mal, was von links oder rechts mal rechts reinkommt in ein Kind oder sowas. Trotzdem hat man ja dann trotzdem das Kind den Moment oder kann auch dem Kind vielleicht kurz helfen oder nur, wenn es so kurz Verneigung braucht oder irgendwas ein Problem ist. Danach kann es sich ja wieder an die Arbeit setzen, auch wenn man, sag ich mal, eben sich kurz raus... Man wurde kurz rausgeworfen, aber ob du dann danach nochmal zehn Minuten länger am Platz sitzt oder pengen. Hauptsache, die Arbeit wird am Ende auch gemacht, oder? Ja, oder wenn ich eben weiß, okay, ich muss heute länger arbeiten, weil noch nicht, weil etwas noch nicht fertig ist, kann ich trotzdem abends noch bei den Kindern sein und ohne dann nachher noch irgendwie ins Geschäft fahren zu müssen, wenn die Kinder dann im Bett sind, sondern ich kann eben etwas direkt an einem Schreibtisch, um zu arbeiten. Ja. Hast du ja auch viele Arbeitswege gespart. Ja, genau. Das stimmt. Du musst ja nur einmal hinfallen, dann bist du schon am Arbeitsplatz. Ja, genau. Sehr gut. Dann, was sind so die wichtigsten Tipps aus der Zusammenarbeit, wo sagst du, das hat dir am meisten bisher geholfen? Klar, jetzt Struktur und dies, das, jedes, aber was sind so konkrete Steps, wo du sagst, das ist wirklich Gold wert gewesen? Die ersten Kontaktaufnahmen mit dem Kunden. Also wirklich, wie quasi der Ablauf ist, wie mit denen sprichst du, die Struktur dahinter und so. Ja, also, es war oft so, ja, der Kunde, es gibt ja viele Interessenten, die sagen, ja, was kostet denn so ein Film? Und dann nicht so, ja, so, da muss man erst mal gucken und ja, kann schon keinen Preis nennen, da muss schon wissen, was so ein Film kostet. Ja, geht schon, kann ich dir schon sagen, aber es kommt ja immer drauf an. Ja, auf was kommt es denn drauf an? Ja, genau, auf was kommt es drauf an? Aber dem würde ich zu dem Kunden einfach sagen, lass uns fünf Minuten drüber quatschen. Dann sag mir, was du für deine Firmen brauchst oder was du dir vorstellst und dann kann ich dir auch schon fast ein Angebot geben oder dir eine Zahl nennen, in welche Richtung es geht. Weil oft ist ja auch eben der Kostenfaktor, der Punkt, ja, wo es eben dann kippt oder eben dann zustande kommt. Ja, und beim Film ist es einfach so, es ist einfach viel Arbeit, es ist aufwendig, man muss, gerade auch diese ganze Drehzeit, also ich hatte erst gestern, hatte ich wieder einen Dreh bei mir in der Heimat in Wangen und die Kundin war sich sicher, das haben wir in vier, fünf Stunden gemacht. Und dann sagt sie gestern Abend, wir waren fast die Letzten im Büro und in der Firma, sagt sie, das hätte ich nicht so lange gedacht, dass wir jetzt heute acht Stunden brauchen. Ja. Ja, und das ist so 95 Prozent die Regel, dass es länger dauert und auch nachher im Schnitt, man muss nicht einfach die Zeit nehmen, es ist einfach Zeit, aufwendig und viel Arbeit und das wird einfach nicht gesehen oder das ist jetzt kein Vorwurf oder so. Aber das ist viel Arbeit und viel Zeit und dadurch kommt man ja halt auch gleich auf andere Budgets, die man für so einen Film bräuchte oder braucht, benötigt, dass man was Sinnvolles, Schönes, Geiles, ja, realisieren kann, ein geiles Projekt. Ja, also viele Auszählung verstehen das ja gar nicht, aber jetzt die meisten, die hier zuhören, sind ja Filmmachfotografen, die werden das schon verstehen, aber es geht ja nicht nur um den Tag vor Ort, sondern ja auch, man hat ja Vorgespräche, Storyboard und dann Post-Production, dann soll noch irgendwas Korrektur gemacht werden und sowas, da ist jetzt so viel Zeit, was da drauf geht, da kann man halt keinen Imagefilm für 2.000 oder 2.500 verkaufen. Und das muss dann schon, schon ab 3.500 aufwärts halt losgehen, für eine sehr, sehr gute Arbeit muss auch mal 5.000 und so natürlich aufwärts, das heißt ja nach oben, gerade auch, das sind ja alles Unternehmen, die brauchen ja so einen Imagefilm, die haben langfristig was davon, die haben Jahre was davon und natürlich spielt das ja auch wieder, auch Geld wieder in die Kasten ein, wenn die natürlich so einen tollen Imagefilm haben, können die präsentieren, auf Social Media, auf der Webseite und neue Kunden kommen rein, das hat ja auch für die meisten einen sehr, sehr großen Mehrwert und einen sehr großen Impact, also man muss ja auch immer sehen, dass die, Kunden letztendlich ja auch sehr großen Nutzen haben und dann muss man einfach auf den Wert so ein bisschen vermitteln, damit die auch checken, was da auch dahinter steckt und was man letztendlich auch bekommt dann. Ja und genau auch diese Wertvermittlung, dass man sich halt früher oder gerade am Anfang oder so gerne mal unter Wert verkauft, wenn man schon Interesse in dem Projekt hat, aber der Kunde das nicht erkennt, wie viel Arbeit und wer, den Wert das an sich trotzdem hat, ja und das dann auch praktisch diesen Wert dann auch bereit ist eben dir zu zahlen. Ja. Ja. Haben Sie genau, wem würdest du so eine Zusammenarbeit mit uns empfehlen? Ja, die ähnliche Probleme hatten oder Herausforderungen wie ich in der Vergangenheit, die keinen klaren Prozess haben oder keine klaren Strukturen vom Ablauf her, wo es keine verschiedenen Verträge gibt mit dem Kunden, wo man immer alles per Handschlag oder so macht, da empfehle ich das auf jeden Fall. Ja, ja, da gibt man einfach, ja, einfach ein Vertrag, kommt ja von den Vertragen, sie miteinander klarkommen und nicht, dass es mal irgendwie später Uneinstimmigkeiten gibt. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn da jemanden ist, der sowas, der auch solche Sachen per Handschlag abschließt, der hat bestimmt schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendwas, wo nicht gut gelaufen ist und dem Prinzip, denen allen empfehle ich das, ja. Also, die nur Handschlaggeschäfte machen, die können gerne mal bei dir anrufen oder dir schreiben. Sehr gut. Dann, ähm, für die Leute, äh, die sich gerne mal mit dir connecten wollen, die sagen, hey, der wohnt in meiner Nähe, der kann mir mal ein bisschen Bodensee zeigen oder, äh, bis Allgäu oder so oder auch, äh, nicht geilen Imagefilmen, geilen Werbespot und möchte ich da mit dir connecten oder sagt, hey, ich möchte Adobe Premiere lernen, da kann das so gut, wie, wie kann man dich am besten kontaktieren? Ja, am besten einfach über meine E-Mail-Adresse info at heppfilm.de oder eben auf meine Internetseite gehen, heppfilm, h-e-p-p-film, heppfilm, ein Wort, .com oder .de und da findet man ja auch meine Kontaktdaten. Bei Insta bin ich auch, bei Linke denen bin ich auch. Du bist überall. Fast. Heute in Hannover. Heute in Hannover und morgen wieder im Allgäu. Sehr gut. Dann, ja, für alle Leute, wie gesagt, geht gerne auf die Webseite www.adminus.de, wenn ihr ein Geschäft habt, wo ihr sagt, okay, wir wollen nur Preis wissen und am Ende wird da nichts draus oder ihr verkauft euch zu günstig, habt ein Geschäft, was da auf wackeligen Beinen steht, kommt gerne, ja, wir machen das ordentlich und, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute da warst für die reitte Reise und dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, lieber Edmund, es hat mich gefreut, dass ich hier bin, dafür in Hannover war ich schon lange nicht mehr und, ähm, herzlichen Dank. Sehr gerne. Ciao. Ciao.